Standards gehören für mich zu den wichtigsten Instrumenten des Football Manager. Sie können maßgeblich über Sieg oder Niederlage entscheiden. Unfassbar viele Tore in der Bundesliga und im Profifußball fallen durchruhende Bälle. Und deshalb zeige ich euch heute, wie die neuen Standards aus dem Football Manager 2024 funktionieren. Habt ihr den FM24 bisher noch nicht gekauft, dann schaut doch gerne mal bei meinem Partner in Neba vorbei. Dort bekommt ihr das Spiel aktuell sogar für 32,51 Euro. Ansonsten findet ihr aber auch noch weitere PC-Spiele sowie auch Xbox- oder PSN-Karten. Der Link ist in der Videobeschreibung. Gott sei Dank wurden die Standards im Football Manager 2024 komplett überarbeitet. Wir haben mittlerweile sogar einen Standard-Trainer, der uns dann bei dem Standard-Training letztendlich hilft und da auch theoretisch seine eigenen Standards mit einbringen kann. Ich möchte das Ganze letztendlich trotzdem selber machen. Momentan ist die Aufteilung bei mir so. Dass ich entscheide, wie das Ganze taktisch aussehen soll, wer die Standards schießt. Er kümmert sich hier noch darum, wer auf welcher Position steht. Aber da werde ich auch das ein oder andere Mal einen Einfluss drauf nehmen und dann auch selber sagen, okay, mir ist jetzt wichtiger, dass der Spieler auf der Position ist aus dem und dem Grund. Und da werden wir jetzt nochmal genau drauf eingehen. Wir befinden uns gerade bei den Eckbällen. Wir haben ja hier oben links die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Standardsituationen zu wählen. Da werden wir auch gleich mal auf die anderen Standards drauf eingehen. Bei den Eckball-Varianten habt ihr dann die Möglichkeit zu wählen, wie ihr das Ganze verteidigen möchtet oder wie ihr im Angriff selber diesen Standard dann ausführen möchtet. Und dann könnt ihr sogar dieses Jahr verschiedene Varianten nutzen, damit der Gegner sich nicht auf die eine Taktik dann einstellen kann. Habt ihr vielleicht noch eine zweite oder dritte Variante, um den Gegner immer wieder zu überraschen. Und ihr seht hier auch oben, wie gut das Ganze eingespielt ist, wie gut die Mannschaft schon diese Taktik versteht. Schauen wir uns zunächst das Verteidigen von Eckbällen an. Wir haben drei verschiedene Spielerrollen. Einmal die Kopfballstarken Verteidiger, die im 5-Meter-Raum stehen. Das sind alles die Spieler, die hier mit einem A gekennzeichnet sind. Die sollen alles abverteidigen, was Richtung 5-Meter-Raum geht. Und da haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten, wie sie verteidigen. Entweder Raumdeckung oder Manndeckung. Wir haben sogar hier eine gemischte Variante. Das heißt, drei Spieler verteidigen den Raum, zwei gehen in Manndeckung, um dort die besten Kopfballspezialisten zu verteidigen. Und einer deckt sogar noch den kurzen Pfosten ab. Da könnt ihr das Ganze für euch entscheiden, wie ihr das Ganze machen möchtet. Letztendlich könnt ihr sogar auch auf den Gegner eure Eckballvariante oder eure Verteidigungsvariante anpassen. Ihr werdet in der Gegneranalyse in Zukunft sehen, wie der Gegner bevorzugt Eckballschläge und könnt dann quasi darauf reagieren. Wenn der Gegner viel auf den kurzen Pfosten spielt, dann könnt ihr hier einem Mann mehr sagen, dass der vielleicht auf den kurzen Pfosten gehen soll. Und schon seht ihr, wie das Ganze sich hier dann verändert. Die zweite Verteidigungsrolle sind die Kettenhunde. Das sind die Spieler, die vor dem 5-Meter-Raum stehen und die Spieler aufnehmen sollen, die in den 5-Meter-Raum, in die gefährlichste Zone zum Ball rein starten. Die sollen diese aufnehmen und so antizipieren, wo die Spieler hinlaufen, wo der Ball hinkommt, in die Laufduelle mit den Spielern gehen. Und so das Ganze gut abverteidigen. Dann haben wir auch noch den Konterspieler. Der ist natürlich dafür zuständig, dass wir nach dem Ballgewinn hoffentlich einen vielversprechenden Angriff starten können, um so aus einem gegnerischen Angriff vielleicht selber einen Angriff zu starten und im besten Fall sogar ein Tor zu schießen. Ihr könnt bei jedem Spieler individuell nochmal entscheiden, was der genau dann letztendlich machen soll, wo er stehen soll. Also auch beim Konterspieler kann man sagen, der soll gar nicht so weit vorne stehen, sondern hier lieber am Strafraumrand, um dann auch einen kurzen Pass zu bekommen und dann vielleicht mit seinem eigenen Tempo nach vorne zu laufen. Haben wir vielleicht eher einen groß gewachsenen Spieler, dann können wir sagen, dass der direkt vorne bleiben soll. Der soll den Ball dann festmachen, warten bis die anderen Spieler aufrücken. Je nachdem, was für eine Philosophie man letztendlich dort hat und was ihr auch machen könnt. Ihr seht jetzt hier eine Anordnung, die so aussieht, weil sie entweder euer Standardtrainer so entschieden hat oder weil ihr das Ganze durch diese fünf Einstellungen ganz am Anfang so eingestellt habt. Ihr könnt letztendlich aber auch hinterher sagen, okay, da sind mir aber zu wenig Konterspieler. Da sind mir zu viele im 16er. Ich will lieber das Ganze ein bisschen offensiver handhaben. Dann kann man auch hier einen Spieler rausziehen und den einfach in einen anderen Bereich ziehen. Und dann seht ihr schon, haben wir zwei Konterspieler auf einmal. Letztendlich ist es dann gleich auch wichtig da, die richtigen Spiele auch zuzuordnen. Aber so könnt ihr auch schon mal die Spielerrollen verändern. Klickt ihr auf einen der drei Spielerrollen, seht ihr nochmal ganz genau, welche Attribute für die verschiedenen Spielerrollen gebraucht werden. Der Kopfballstarke Spieler soll eine gute Sprunghöhe haben, viel Kraft und ein gutes Stellungsspiel. Ein Kettenhund soll dagegen gut in Deckung sein, Konzentration und Antizipation und der Konterspieler Schuss, Dribbling und Abschluss. Beim Konterspieler muss man auf jeden Fall noch dazu sagen, der sollte im Idealfall auch schnell sein oder eben ein groß gewachsener Spieler, der den Ball da vorne festmacht. Das hier ist jetzt auch die Ansicht, die der Co-Trainer so gewählt hat. Bedeutet, wenn ihr vielleicht lieber Daniel Hammel als Spieler Nummer 1 bei den Kontersituationen sehen möchtet, könnt ihr den auch einfach hier ganz nach vorne ziehen. Und schon wird dann Hammel der Spieler sein, der unser Konterspieler ist. Es sei denn, er ist vielleicht auch gleichzeitig bei einer anderen Rolle auf Platz 1. Dann wird er die Rolle übernehmen, die hier rechts nochmal gewenkt ist, denn hier könnt ihr priorisieren, welche Rolle euch am wichtigsten ist. Und dann wird der Spieler, der bei beiden Positionen momentan auf derselben Stelle steht, auf der Position spielen, die hier besser gewenkt ist. Und die könnt ihr auch so einstellen, wie ihr es für richtig haltet. Also ihr könnt auch einfach hier die Kettenhunde auf 1 setzen. Und dann ist das quasi das, was Priorität Nummer 1 hat. Wenn ihr jetzt direkt auf Anhieb sehen möchtet, welcher Spieler hier A1-Spieler ist oder C1-Spieler, dann könnt ihr auch nochmal die Ansicht ändern. Ihr habt einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will jetzt einmal rechts sehen, von welcher Seite der Eckberg kommt. Also wie sieht es aus, wenn er von links kommt? Wie sieht es aus, wenn er von rechts kommt? Und ihr könnt hier einmal auf den Haken klicken, dann seht ihr nochmal, welcher Spieler denn jetzt, welche Position hier übernimmt. Werfen wir jetzt einen Blick auf die offensiven Eckbälle, also wenn wir selber ein Tor erzielen möchten. Wir haben einmal die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Reitern zu wählen, wie die Eckbälle gespielt werden sollen und wer das Ganze dann letztendlich auch macht. Wir können einmal die Art des Eckballs auswählen, zum Tor hin oder vom Tor weg. Ich schieße die Eckbälle momentan vom Tor weg. Ich habe ja auch schon ein Video zu meiner Eckball-Taktik gemacht, die werde ich euch hier auch nochmal verlinken. Mit der habe ich im letzten Jahr in diesem Save hier 18 Tore erzielt und in jedem Save, und ich habe schon einige gespielt, immer mindestens zweistellig getroffen. Und da war auch nicht immer der perfekte Eckball-Spezialist dabei oder der perfekte Kopfball-Schütze da vorne. Also die funktioniert auch mit halbwegs guten Spielern natürlich umso besser, desto besser auch die Spieler dafür sind. Der Eckball-Schütze, den könnt ihr hier auswählen. Dann seht ihr auch auf der rechten Seite einen Rechtsfuß und auf der linken Seite einen Linksfuß. Ihr könnt jetzt aber auch mal genau auf die Attribute eurer Spieler schauen. Und wenn ihr seht, okay, hier auf der linken Seite, der Eckball-Spezialist, der ist gar nicht so gut und das hier ist nicht mal ein Stammspieler. Also der erste Stammspieler ist hier Herzenbruch und der hat gar keine guten Attribute. Dann kann man vielleicht noch überlegen, dass man sagt, okay, eigentlich will ich, dass die Eckbälle weg vom Tor gehen, aber die Attribute hier sind so schwach, dass ich dann lieber den Holtby die Ecken von beiden Seiten spielen lasse und da kann man hier unten auf den Haken klicken, dann schießt der Holtby beide Ecken. Den wichtigsten Reiter habe ich jetzt noch fast vergessen und zwar ist das natürlich das Ziel, wo soll der Eckball hingehen? Bei uns ist das der kurze Pfosten und den seht ihr dann hier rechts in der Karte auch markiert. Und so könnt ihr dann auch später nochmal sehen, wie stehen unsere Spieler zu diesem Raum. Können wir tatsächlich letztendlich dann auch genug Spieler in den Raum reinbefördern, damit wir letztendlich dort auch Tore erzielen. Um die Spieler jetzt perfekt zuzuordnen, gibt es hier auch natürlich wieder Spielerrollen. Diesmal sind es sogar vier Spielerrollen. Wir haben einmal den Kopfball-Spezialisten, der ist natürlich logischerweise dafür da, die Bälle direkt per Kopf zu verwandeln. Dann haben wir einen Vollstrecker, der quasi darauf wartet, auf eine Kopfballverlängerung oder andere Situationen, wie der Ball dann letztendlich zu ihm kommen kann und der dann als abstoßstarker Spieler den Ball verwandeln kann. Die Kreativspieler stehen meistens im Rückraum, sie haben entweder einen guten Weitschuss und sollen das Ding aufs Tor knallen oder haben die technischen Fähigkeiten, den Ball zumindest mal nicht zu verlieren, weil das eine unfassbar gefährliche Zone ist und dann daraus quasi nochmal eine Situation zu schaffen, wie wir letztendlich doch noch zum Torerfolg kommen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Restverteidigung, damit wir nicht in Kontersituationen geraten und so selber vielleicht noch aus eigenem Eckball ein Tor kassieren. Die Anweisungen sind auch fast alle selbsterklärend. Wir sehen einmal die Position, die die Spieler besetzen sollen. Dann gibt es noch nach vorne gehen. Das ist tatsächlich die einzige Anweisung, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Ich glaube, dass das bedeutet, dass ein Spieler einen Laufweg in einen Raum startet, in den Raum, wo der Ball dann letztendlich hinkommen soll. Aber da könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wenn das jemand besser weiß, wie letztendlich nach vorne gehen dann ausgeübt wird. Am kurzen Pfosten lauern, das soll sogar ein Spieler sein, der den Ball per Kopfball verlängert, dann möglicherweise vielleicht auf den Vollstrecker. Und dann haben wir noch Torwartbewachende. Das ist dann ein Spieler, der dem Torwart die Sicht nehmen soll, den bedrängen soll und dafür sorgen soll, dass der nicht mehr richtig gut da verteidigen kann. Und so vielleicht da nochmal einen Vorteil der Mannschaft zu geben. Wir haben bei den Kreativspielern noch kurz kommen. Einer, der am kurzen Pfosten dann steht, um entweder einen Spieler, einen Verteidiger rauszulocken oder vielleicht tatsächlich den Ball zu bekommen und dann kreativ dort den Ball nach vorne zu bringen. Die Restverteidigung ist auch noch ganz interessant. Hier können wir nämlich den Spielern sagen, sie sollen hinten bleiben. Wir können aber auch sagen, und das finde ich sehr, sehr interessant, hinten bleiben, wenn notwendig. Das bedeutet, wenn der Gegner jetzt alle Spieler hinten hält, dann können wir auch natürlich hier mindestens zwei Spielern sagen, okay, ihr bleibt hinten. Es sei denn, der Gegner, der hat überhaupt keine Spieler vorne stehen und hat alle Spieler hinten im 16er, dann geht er mit nach vorne, damit wir letztendlich da auch kein Unterzahlspiel haben. Desto mehr Spieler von uns vorne sind, desto größer natürlich die Chance, auch da ein Tor zu schießen. Wir schauen uns jetzt auch nochmal die wichtigsten Attribute für die verschiedenen Spielerrollen an. Der Kopfballspezialist braucht klar eine gute Sprunghöhe und Kopfballtechnik, aber auch ordentlich Kraft, um sich im 1 gegen 1 durchsetzen zu können. Der Vollstrecker, der muss gut sein in der Antizipation, um zu wissen, wo kann der Ball als nächstes hinkommen und ohne Ball bedeutet, dass er auch den richtigen Laufweg macht, um an den Ball zu kommen. Und dann braucht er natürlich auch einen guten Abschluss, um das Ding letztendlich zu verwandeln. Der Kreativspieler soll im Idealfall per Weitschuss das Ding direkt aufs Tor knallen oder mit seiner Technik die Ruhe bewahren, den Ball annehmen und dann nochmal eine gute Lösung finden, gegebenenfalls per Flanke nochmal den Ball in den 16er bringen. Und die Restverteidiger, die brauchen natürlich gute Defensivwerte, wie Deckung und Tackling, sollten aber auch relativ schnell sein, weil die müssen natürlich bei Konter des Gegners auch ins Laufduell gehen, um so da mithalten zu können, sollten die natürlich auch ein ordentliches Tempo haben. Die Spielerrollen, die wir bei den Eckbällen gesehen haben, sind auch genau die Spielerrollen, die wir in allen anderen Standards sehen. Es gibt nur eine Standardsituation, und zwar wenn der Gegner freistürst hat, wo es noch eine zusätzliche Rolle gibt, und zwar sind das die Blockspieler, die Spieler, die quasi in der Mauer stehen. Und hier seht ihr auch die Attribute einmal, Sprunghöhe, klar, und auch den Mut, da tatsächlich sich dahin zu stellen und stehen zu bleiben, wenn der Ball genau auf einen Spieler drauf zukommt. Letztendlich ist für mich die Mauer jetzt nicht so das Wichtigste. Ich würde hier die Priorität eher ein bisschen runtersetzen, aber das müsst ihr dann für euch entscheiden. Und bei gegnerischen Freistürsen könnt ihr hier auch noch sagen, wie wir das Ganze verteidigen, in welcher Linie. Eher tief oder wollen wir das Ganze ein bisschen höher setzen? Da könnt ihr auch nochmal ein bisschen variieren. Bei den Einwürfen im Ballbesitz haben wir leider noch nicht die Möglichkeit, die Spieler so individuell aufzustellen, wie wir es vielleicht für perfekt halten. Da gibt es auch eine Einwurfvariante, die ich tatsächlich sehr erfolgreich nutze und die könnte man noch besser nutzen, wenn wir da die Position besetzen könnten. Wir können das leider nur bei den langen Einwürfen im gegnerischen Drittel machen. Ansonsten können wir nur entscheiden zwischen im Ballbesitz bleiben oder Raum gewinnen, heißt ein langer Wurf in die Tiefe. Da müsst ihr natürlich auch Kopfballstarke Spieler haben, die die Bälle letztendlich da auch verlängern können oder überhaupt behaupten können. Deshalb, ich gehe hier lieber immer auf in Ballbesitz bleiben und dann gehen wir jetzt nämlich auf die Einwürfe im Angriffsdrittel und da sehen wir jetzt weiter ein Wurf. Hier können wir jetzt wieder sagen, wie wir die Position besetzen, um so quasi wie bei einer Flanke daraus Kapital zu schlagen und Tore zu schießen. Am Ende ist aber tatsächlich das hier für mich die geeigneteste Einwurfvariante und hier können wir leider nichts so einstellen, wie wir es möchten und das ist so ärgerlich, denn es gibt zwei Optionen, wie ich hier schon unfassbar viele Tore geschossen habe. Entweder ist der Spieler, der den Einwurf gemacht hat, ein trippelstarker Spieler gewesen, der Richtung 16er gegangen ist und selber abgeschlossen hat. So habe ich schon einige Tore geschossen. Oder die andere Variante und das ist hier beim SVE unfassbar gefährlich. Der Einwurfspezialist, der wirft die Bälle kurz, kriegt den Ball wieder, flankt das Ding in den 16er und die Kopfballspezialisten da vorne verwandeln. Natürlich wäre es jetzt optimal, wenn man bei der kurzen Variante auch dann erstmal sagen könnte, wer spielt die Einwürfe und zwar soll das der sein, der gut flanken kann, weil der dann den Ball mit dem Fuß in den 16er bringen soll und natürlich sollen hier im 16er auch die Kopfballstarken Spieler sein. Deshalb finde ich es unfassbar ärgerlich, dass genau das hier nicht möglich ist. Nichtsdestotrotz habe ich so schon ganz, ganz viele Tore geschossen. Vielleicht kriegen wir das noch in der Zukunft hin, dass der FM uns hier auch Möglichkeiten gibt, das Ganze zu variieren, denn das kann auf jeden Fall auch eine unfassbare Waffe sein. Ich habe euch hier auch nochmal ein Beispiel mitgebracht, damit ihr auch seht, dass das Ganze wirklich funktioniert. Ihr könnt auch ein wenig steuern, wer die Einwürfe macht, indem ihr die Taktik so aufstellt, dass ihr zum Beispiel, wie ich, auch nur einen Außenspieler habt. Das ist dann der Außenverteidiger. Der kann dann auch bei mir gut flanken, ist der beste Flankengeber. Im Idealfall kriegt er noch die Anweisung mit, dass er häufig flanken soll und ist vielleicht ein Spieler, der sogar die Spielereigenschaft hat. Was ihr natürlich jetzt nicht machen könnt, sind zwei Sachen. Einmal, dass der Spieler den den Ball zugeworfen bekommt, den direkt klatschen lässt, damit Garnier auch nochmal den Ball hat, um rein zu flanken. Und ihr seht jetzt hier im 16er momentan ist noch kein Spieler, der bereit steht. Und das wäre natürlich genau das, was ich jetzt gerne machen würde, dass hier schon Spieler stehen würden und dann quasi auf die Flanke warten würden. Trotzdem hat das Ganze hier geklappt. Garnier wirft jetzt kurz, kriegt den Ball zurück, dribbelt jetzt noch ein wenig so, haben die Spieler auch Zeit, sich in den 16er zu bewegen, die Flanke kommt und so treffen wir da eine Zunge 2. Zur Null. Das war es auch schon wieder von dem Video hier. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Habt ihr vielleicht noch Freistoß- oder Einwurfvarianten, die bei euch unfassbar gut funktionieren, schickt sie mir doch sehr gerne mal in den Discord rein oder schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich würde das unfassbar interessieren. Am liebsten natürlich mit einem Bild im Discord, denn dann könnte ich diese mal testen und vielleicht auch in Zukunft darüber mal ein Video machen. Das war es von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.